so jetzt bitte töte mich nicht ich musste ich habe schon gar keine angst wir von gegend sondern eher von dir ich habe nichts gemacht willst du den schuss ich bin rot ja gut dass du es dir gemerkt hast du wolltest es zwar nicht wissen am anfang aber jetzt für die tatsache in meinem kopf sammelt die verlieren viel zu viel leben uns von dem ding abwehren abwehren die schießt gleich okay ich komme mit diesen affen nicht klar die affen sind nervig abwehren ich glaube die affen kannst du auch weg wählen okay oder vielleicht auch nicht kommt nicht in der baum laufen aufpassen die schaffen zu gehen sind schaffen so wir müssen auf den typen aufpassen ich weiß es nicht es ist kann ich habe schon wieder so viel leben ich fühle mich so gut ja das leben das leben nehmen dir das leben du musst das leben nur in die hand nehmen so ok auf sie schießen und dann abwehren sie kommt gleich die kommen jetzt habe ich nicht gemacht oh gott sie schießt wieder werden ok hoch du musst aufpassen immer wenn du die macht immer den würde ich zuerst kaputt machen das ist das ist so bitter die sind so ok das ist doch wenigstens etwas verloren ja das geht gar nicht oh gott spuckt dazu die ok 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 so jetzt runter schubs herunter schleudern ok noch nicht oh gott oh gott oh gott ich komme gleich im feuer raus ok wir haben ihn wir haben noch du bist du ist gleich dass du du ist gleich das ding du trinkst zake oder den tee das ist ja ein tee dann hast du schon mal leben und ich habe noch zwei leben das geht schon wenn ich sterbe ist nicht so schön das ist dein ich kann nicht ich traue mich nicht aber mortgage du musst drin dass sich stehen bleiben die b Nicholas pam com die bambüsten babbou 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 ich hänge grad die werden dich imjęnenishi nicht denn liegt den aufmachen deine astiere ich habe nichts gemacht ja ist okay ich von gleiche nichts spreng sie die pennau jetzt hast du vor Jaenschuss so hättest du ohne schaden und da eine seite machen können wenn jetzt die vögel kommen sprengen wir sie gleich weiter hoch weiter gucken weg mit den scheiß an alter der lebt ja noch dann lasse ich dich denken mach jetzt den penner kaputt okay wir sind gestorben jetzt durch den vogel na gut wir schaffen wir trotzdem ist aber man muss man buse vielleicht ist auch nicht sie warum kommt jetzt so nah dran weil wir nicht so viel schaden aber jetzt haben wir das auch noch verkauft das gehe halt hier nämlich falls er dann falls wir eins von der seine schüsse nicht abwehren können also wir haben noch nie bei dem verkackt ja eigentlich schon obwohl es eigentlich ganz gut angefangen hat aber vielleicht war es deshalb weil du dich eingestellt hast auf rote dinger sammeln das rote dann sagen du halt das rote meine güte wenn ich rankommen würde ich hasse die dinge jetzt haben wir auch so einen schwachen schuss die kann man auch nicht abwehren oder sich das richtig ich weiß ja noch nicht wie wir mit denen klarkommen soll ich weiß er nicht nein und das ist meinst du lässt mich zurück wieso lasse ich dich lasse ich überhaupt nicht zurück ich will nur auf einen ort wo mir nicht im korridor von diesen blauen dingern betroffen wird kommt jetzt ihr blauen ok jetzt geht mir echt auf den nerven geht mir echt auf den nerven das ist echt wert ich glaube bei dem machen wir echt immer die bombe weil gehen nach hinten wenn er das erstmal gespeichert und sammeln die dinge gespeit wieder er steht wieder nach hinten ok und das spart wahrscheinlich zu dir oder zu mir doch du kannst an seiner seite vorbei vorbei aber das war schlecht jetzt ich habe die gesagt das ist leicht schwer das spiel ich glaube das ist die klappe so kacke war doch wir waren schon so kacke die letzten male sind wir zum floß gekommen also immerhin ok wir müssen besser werden die nur ok 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 im notfall nehme ich den controller in die hand aber wir können sie können und als nächstes nehme ich mein schwanz in die hand nein sagt das nicht burschigen schwanz und wedel damit alles weg so ich nehme jetzt wieder das blaue weil offenbar klappt es bei uns überhaupt nicht wenn wir okay du nimmst das rote das ist unten erstmal einfach abknallen scheiß auf die offen nicht nicht warten durch 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 nicht zu lang waren weg 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 die schießt gleich die schießt gleich abwehren aber auch mich reinschieben auch ok ok ja ja das ist auch eine gute strategie valide das haben sie schon in der komplett lösen geschrieben immer dein verbündet in die scheiße schießen ja klar besser als ich komm schießt den menschrecks diese trecks vögel die so bei den nächsten machen wir die bomben einfach die gehen mir echt zu sehr aufnehmen so schnell drüber schnell drüber so wie lange sie unten war alter bambus ein scheiß die bambusen gelingt ok weißt du was fuck you vogel man teilen wir uns auf dann kann ich nicht beide mit dem glauben wir haben will das ging schnell okay der guten schuss dann kannst du gleich das aufnehmen ich glaube das mein auto ich muss noch kommt das aufpassen so wenn wir zu dieser mauer aus doch wenn wir zu dieser mauer aus bambin kommt dann macht eine bombe bitte die wollen dich die wollen dich schießen 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 wir sind nur affen drin das ist ein feuer wo ist die scheiße jetzt ja aber ich bin getroffen worden da ist eine bombe drin hol sie dir jetzt kommen die vögel weiter 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 ist egal ist egal ja gut jetzt muss man die bombe nicht einsetzen sehr da ist eine verwundbarkeit die nehme ich auf du hast wieder meinen abgült um das aufkommen ok jetzt 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 wieder das bier ist ja nicht so weit vor jetzt geh halt zurück ja okay ich bin noch gar nicht da wie im kopf oder na wann schießt du man schießt du bambi aus dem wald raus zu gehen ist gefährlich die scheiße aus die heraus das haben wir sind so gut jetzt hast du auch leben wenn du mich jetzt nicht noch mal in die fluten schmeißt könnten wir sogar vielleicht bis zum floß schaffen so das leben ist ist das leben okay bin ich jetzt genau und ich sammle das ja das ist aber auch schnell haben wir bombe macht die bombe bei den scheißvögel macht die bombe macht die bombe scheiß auf die vier doch du hast du eine so und jetzt muss man sie nur noch finischen ich hasst die dinge dinge sind so krank die sind so ja jetzt da ist ein upgrade bambus obwohl ich überhaupt nicht lang bin und was wenig leben aber du hast noch zwei leben das ist gut ja alter wie soll man dem ausweichen im scheiß wir sind voll die call of duty kinder wir können nichts ausweichen oh gott was ist denn das okay das muss jetzt nicht auch noch dazu kommen da geht mir gleich nach vorne aufpassen so jetzt ist die frage wiener anspalten jetzt geht er wieder nach hinten speite wieder auf dich wahrscheinlich ich treffe nicht dann schieße ich ihn an während er dich angeht oh gott schießt auf dich ja ich schieße das sogar noch ein leben das ist gut ist das passt schon warum kriegt man hier bitte kein leben weil riesen bloß hallo ist einfach zu fett los ist okay ich bin auch nicht zu fest du bist du bist recht sehr du bist ein nazi aber mit meinem schuss kann ich jetzt besser die linke seite geschützt ich hab dich meinen rücken anvertraut und das klink dafür danke brutus ich kann nichts dafür ich habe der vertraut und du hast mich enttäuscht nein 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 ich habe es nicht gemacht so das nächste mal passieren ich will nicht mit den spielen die sind absolut nicht mein typ grün kappa hässlich du darfst nicht so an der seite stehen brauchen sie nicht so lange um dich runter zu ziehen so jetzt müssen wir aber echt aufpassen soweit waren wir doch wir waren schon soweit wir waren schon beim boss beim endbus oder beim zwischenboss nee das war sind der kappa boss mit dem bomben kappa bomben so ich schieße ihn jetzt an versuch du mal die bomben und alles wegzukriegen von uns ich habe schon ich habe schon so ich überlasse dir mal die verteidigung des flosses zu viele bomben ich krieg die bombe nicht weg echt manchmal ja manchmal weg versuch voll in den rücken okay wer die bombe ist voll in meinem gesicht explodiert war er hat mich getroffen wegen nichts was nicht höchst du nix wie nix die bombe sie wollen uns am türen unterwasser reich haben wir es geschafft oh gott oder kommt er noch mal ich glaube wir haben es geschafft oh nein das ist der boss wir werden verrecken wir werden sowas von verrecken was mache ich denn überhaupt überleben wir haben ein halbes leben jeweils wahrscheinlich will ich nicht von vorne iiii da ist ja voll eklig hast du seinen mund gesehen nein wir haben beide ansehen wir sind in einen schuss tot rechts links rechts links du musst du nur schnell genug treffen dann schießen sie nicht ok oh gott ach so ich muss schreck schreck nein oh nein das schaffe ich doch niemals im leben wie soll ich das machen mit mit ein bisschen fantasie mit der power deines ich kann es nicht sagen dieses wort schwanzbauer h haarig und buch was ich rechts links oben drunter wieso bist du nicht ausgewichen ach scheiße so weit waren wir noch nie wow sind wir gut wir werden dieses level knacken wenn es das letzte ist was ich mein buchiger schwanz wird diesen oktopus in stücke schlagen mein buchiger schwanz wird den sieg spüren oder der siegt meinen buchigen schwanz je nachdem ja wenn ich nicht ich guck dann so ich guck zu das ist ja eklig was du für vorliegen hast kommt schnell nicht zu lange stehen bleiben bei denen nicht zu lange stehen bleiben jetzt nur bei dem aufpassen schon wieder viel zu viel leben verlor scheiß drauf scheiß drauf weiter nach vorne nicht kapituliert nein nicht kapitulieren so ich fresse jetzt du musst irgendwie überleben bis wir zum nächsten tee kommen pass auf die kommt jetzt raus jetzt schießt die bühne kommt die bombus dinge jetzt hat man das facebook gehört entschuldige komm jetzt kommt schießt die an ja jetzt ab wir sagen ich habe es vergessen nein und jetzt kommt schnell 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 kommt okay jetzt haben wir wenigstens den adler dennig okay der ist eigentlich schnell tot wenn wir alles auf ihn konzentrieren sag ich wollte rutschen komm schon geht drauf du alter zyklop du alter zyklop muttern deine mutter hat sie liebt so aber die mutter will ich nicht sehen hat der junge hat aber auch ziemlich ein auge auf uns geworfen komm jetzt oh gott oh gott was passiert hier kommt vielleicht ein upgrade für mich upgrade upgrade ich komme ich ganz so ein kack ist upgrade hast du deine bombe ständig bitte upgrade für dich machst du bombe gleich gleich ist natürlich ich müsste es mehr definieren oder ich mache noch eine bombe weil das ist mir echt da verlieren wir zu viel leben immer mal sammelst du ein jetzt bei dem film macht 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 nein macht du ja ich hab angst schnell okay okay ich mache nehmen die verwundbarkeit obwohl scheiße ist eigentlich aber ich stelle mich vor dir vor du es sagt gesagt gerade die richtige bist auch das ist voll schlecht ich habe noch ein leben und ein herz ja wir hatten auch schon mal versuche wo wir nur leben hier waren nein die zählen nicht die zählen nicht die nacht aber wir machen echt wenig schaden wedel ja 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 den bambus in die knarre fresse knapp was ist denn bambus gesicht wie nennt man das was der wissenschaftlichen name vom bambus gesicht alter jetzt hat das zwei geschossen wird oh gott du musst essen das ganze linke ich nehme das ganze rechte und upgrade ja jetzt haben wir gut jetzt hast du gut das einzige problem was wir haben wir haben keine gegen bomben gegen diese vögel da ich versuche auch zu wählen aber die sind einfach arschloch vögel vor allem wenn die an mich dran kommen dann kann ich eigentlich wählen wie ich will die gehen trotzdem du ja da geht doch rechts okay der ist tot ich glaube ich muss mal ausweichen ich traue mich jetzt den blauen schlumpf disks okay wir haben ihn jetzt kommt noch eine raus pass auf okay 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 da kommt noch der vogel wir müssen mal kaputt machen so und jetzt müssen wir uns auf den zyklopen konzentrieren ich versuche mir das fleischbäckchen dazu schnappen sobald er nach vorne ist also auf das mit rutscht das ausschlag okay ich gehe jetzt einfach heim auf ihn ich gehe einfach nur auf ihn so viel leben hatten wir noch nie jetzt müssen wir noch die kappers so jetzt bloß nicht rutschen soll ich übernehmen links mittig mittig mit ja okay das wenn du sie nicht gleich trifft ist nicht so schlimm sie schießen sowieso auf uns und du triffst ihre kappen ihre kappers kappen die kappers haben kappen das ist jetzt voll verwunder und immer wenn einer aufs los springt zu zweit auf denen einfach okay von links kommt einer so wenn wir das jetzt also wenn wir das jetzt nicht hinkriegen dann dass ich kaffee wir haben so ein alter die kaffeebohnen challenge so wie die ganzen dummen challenges wo sie sich cinnamon in den mund stecken wer ist es auf deutsch cinnamon ich weiß es nicht aber ich muss ein anderer teil denken was haben sie uns beide gleichzeitig runtergezogen voll an dem wurzel gepackt die kannst du weg wählen nur nicht ganz gut versuch zu schießen du willst alle warum habe ich nur noch ein halbes herzen weil sie uns weil sie uns runtergezogen du bist eigentlich ganz gut um den anzugreifen den typen weil du zwei schüsse hast okay so ein feuerschuss ich habe noch eins ich habe noch eins zu wählen okay ich konzentriere mich auf den typen ja versuch ich versuche sie weg zu wählen mein schwanz arbeitet schon mein schwanz macht über stunden mein schwanz macht schon über stunden ich kann nicht mehr machen okay okay da kommt noch einer aufs bloß fakt ist shit faktisch shit oh gott ich habe eins abgefahren hat mein schwanz ist halt auch nicht der garant für besichtbarkeit fakten über meinen schwanz mein schwanz kann ich gar nicht noch gott sei dank du kannst nicht wenn sie anfangen sich zu schlippen und wir haben den buch ok rechts links rechts links du übernimmst links oder rechts scheiß drauf du kannst mir eins klauen notfalls so erstell dich hin und die kommen dann immer links oben links unten und erst wenn du deins fertig hast kannst dann zu mir ok ich habe ein ok jetzt kommt der kopf was auf irgendwo an den rand stellen genau an die seite ganz an die seite so wieder rechts links erfunden von mal so hüsten für mal so hüsten ok gut will ok er kommt wieder er kommt wieder auf der kopf der kann müssen den schaden machen bis er verschwindet sonst macht er das floss also der macht diesen strahl und geht über das ganze fluss jetzt wird kommt er wieder ich mache schnell den kopf mann im kopf wedel 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 ja ok sehr gut er kommt wieder willst du bitte ja ich habe ein leben verloren wir schaffen wir es geschafft der hat nicht mehr viel leben glaube ich war der macht voll der macht voll arsch an er hau ab ok ok gut gewählt ok ok ich mache auf seinen kopf schaden ich habe viel zu viel schaden abgefangen umsonst so ok wir warten die gar nicht die würmchen oder ja scheiß drauf ich glaube wir machen ihn schon schaut der ich glaube das ist das letzte oder ich bin tot da kann nicht mehr viel leben haben och nein fuck 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 komm schon ist er tot ja 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 ich will ich will aus freude freude freudes wedel freude frage waschbär schwanz boah das war das war hart und das nicht das schwerste Also wenn dir da nix weht, tut heute Abend weiß ich auch nicht Boah, Alter, ich hab mir so einen abgewiedelt Das ist unfassbar Ich hab mir so einen abgewiedelt